Hallo bei BILDNER TV und einem weiteren Video zur aktuellen Canon EOS R7. Heute in diesem Video geht es um die Filmerei mit der R7 und es geht konkret darum, wie filme ich in 4K und wie filme ich in HDR. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei BILDNER TV Foto-Video eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Heute geht es nicht um Bilder, beziehungsweise es geht schon um Bilder, aber Bewegte. Es geht um Videos, 4K-Videos und HDR-Videos. Das sind so zwei Begriffe, die geistern schon seit einiger Zeit durch die Themenwelt Digitale Fotografie. Also wenn man eine Digitalkamera hat, dann muss die eigentlich heutzutage mindestens 4K-Videos produzieren können und sie sollte eigentlich auch HDR-Videos produzieren können. HDR heißt übersetzt High Dynamic Range und bedeutet, kommt eigentlich aus der Fotografie, das heißt man vergrößert den Dynamikumfang, den die Kamera eigentlich aufnehmen kann, irgendwie künstlich. Also grundsätzlich in der Fotografie ist es so, da macht man dann mehrere Aufnahmen, eine dunkle, eine mittlere, eine helle und die drei Aufnahmen oder auch fünf oder zehn, wie auch immer, die werden dann überlagert und dann hat man einen Tonwertbereich, also einen Helligkeitsbereich, der von sehr dunkel bis sehr hell viel mehr umfasst, als das, was der Sensor der Kamera eigentlich mit einer Aufnahme erfassen könnte. Das ist so das Grundprinzip von HDR. Und HDR hat eben auch in die Videofilmerei Einzug gehalten, auf verschiedene Wege. Und die R7 von Canon ist in der Lage, ein HDR-Video zu erzeugen, das man so direkt aus der Kamera mit dem entsprechenden Equipment auf dem entsprechenden Fernseher verwenden kann. Und das zeige ich euch, wie das funktioniert. Fangen wir aber mit 4K an. Vielleicht wisst ihr es oder vielleicht habt ihr es selber schon mal gefilmt. So der Standard im Moment bei YouTube oder so, wenn man da Videos anguckt, ist eigentlich Full HD, also 1920x1080 Bildpunkte. 4K bedeutet jetzt, dass man nicht 1920, sondern 3840 Pixel in der Breite hat. Also eine insgesamt vierfache Videofläche oder Aufnahmefläche. Und jetzt kann ich entweder diese 4K, also dieses riesige Videomaterial, so direkt auch schon auf YouTube hochladen. Auch auf YouTube gibt es 4K-Videos. Man kann da also auch 4K anschauen. Die Datenmengen sind dann entsprechend natürlich größer. Und die Bandbreite der User, die so ein Video dann anschauen, die muss natürlich dementsprechend hoch sein, damit diese Datenmengen auch wirklich beim Zuschauer ankommen. Aber was viel wichtiger ist aus meiner Sicht, wenn ich in 4K filme und meine Videos hinterher schneide, dann habe ich, wenn ich denn Full HD Material liefern möchte, ein sehr, sehr großes Video, aus dem ich dann auch mal Bildausschnitte wählen kann, die dann immer noch eine hervorragende Qualität haben. Also, wenn ihr Videos schneidet, 4K ist eigentlich aus meiner Sicht heutzutage Pflicht. Natürlich sind die Datenmengen größer, aber ich habe eben in der Nachbearbeitung dann viel, viel mehr Möglichkeiten, auch die Bildausschnitte zu gestalten. Schauen wir uns das mal an, wie wir die Kamera zumindest mal vorbereiten für ein 4K-Video. Ich schalte sie ein und stelle hier nicht nur auf On, sondern ich schalte gleich in den Videomodus. Das bewirkt jetzt unter anderem, dass im Kameramenü und auch im Quick-Menü, wenn ich hier die Taste Q drücke, nur diejenigen Befehle auftauchen, die auch wirklich fürs Videofilmen relevant sind. Also, schauen wir als erstes mal ins Kameramenü. Ich drücke die Taste Menü, bin dann in der ersten Hauptgruppe, in der roten Menügruppe und gleich der erste Befehl, der dreht sich um die Aufnahmegröße und hier kann ich jetzt wählen zwischen 4K und Full HD. Ich habe hier mehrere 4K-Einstellungen. In der oberen Zeile habe ich 4K-Fein, dann ein 4K und ein 4K-Crop. Der Unterschied 4K-Fein ist natürlich die maximale Bildqualität, Pixelqualität. Also, wenn ich mit 4K-Fein filme, habe ich das ansprechendste Bildmaterial hinsichtlich der Bildqualität, allerdings mit der Einschränkung, dass ich nur maximal bis 25 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Das ist eine kleine Einschränkung. Normalerweise ist das kein Problem, wenn ich denn aus diesem Material jetzt keine Zeitlupen machen möchte. Wenn ich moderate Zeitlupen machen möchte, also das Bildmaterial oder das Videomaterial mit der halben Geschwindigkeit laufen lassen möchte, ohne Qualitätsverlust, dann muss ich mit 50 Bildern pro Sekunde filmen und da kann ich dann die beiden Varianten 4K, also die normale 4K-Version und 4K-Crop verwenden. 4K-Crop bedeutet übrigens, dass der Bildwinkel verkleinert wird, also es wird ein kleinerer Teil des Sensors verwendet, um, also prinzipiell werden die Bilder dann ein bisschen schärfer, die Videos, aber ich habe eben auch einen kleineren Bildwinkel und das heißt, meine Weitwinkel-Brennweite, die ich vielleicht drauf habe, die wirkt dann nicht mehr wie eine Weitwinkel-Brennweite, sondern eine etwas engere Brennweite. Das kann zum Beispiel ganz interessant sein, wenn ich jetzt mit längeren Brennweiten fotografieren oder filmen wollte, habe sie aber nicht zur Verfügung. Wenn ich also jetzt hier mit 50 Millimetern filme, dann wird durch diesen Crop-Faktor diese 50 Millimeter, der Bildwinkel eines 50 Millimeters verengt und ich habe eine Wirkung eines moderaten Teleobjektivs. Also das kann auch ganz witzig sein, wenn man denn gerade kein Teleobjektiv dabei hat, dann kann man diesen Crop-Faktor verwenden. Was ich dann noch zur Verfügung habe, ich habe noch in der Spalte 2 und der Spalte 3 weitere Einstellmöglichkeiten, nämlich ich kann zwischen 25 und 50 Bildern pro Sekunde wählen, wie gesagt mit der Einschränkung, dass das nicht bei allen Filmformaten, bei allen Auflösungsformaten funktioniert und ich kann zwischen IPB und IPB Lite wählen. Das sind zwei Kompressionsmodi. IPB Lite komprimiert meine Bilder, ähnlich wie in der Fotografie, wenn man mit JPEGs arbeitet, die werden ja auch komprimiert, mit einem gewissen Verlust. Also IPB Lite komprimiert mein Videomaterial stärker. Ich habe also nicht mehr die maximale Bildqualität. Wenn ich denn wirklich auf maximale Qualität Wert lege, dann muss ich mit IPB arbeiten und nicht mit IPB Lite. Wenn ich ein bisschen auf den Speicherplatz schauen muss, dann ist IPB Lite die bessere Wahl, da eben die Datenmengen viel geringer werden. Okay, wir haben jetzt 4K eingestellt. Das ist mal das Grundsätzliche. Und 4K-Videos kann ich manuell belichten, ich kann sie automatisch belichten. Also um diese ganzen Dinge soll es jetzt hier mal nicht gehen. Aber was mich jetzt interessiert, beziehungsweise was ich euch hier in diesem Video noch vermitteln will, ist die Möglichkeit, HDR-Videos aufzunehmen. Sprich Videos mit einem gesteigerten Dynamikumfang. Und das funktioniert auch am besten über das Kameramenü. Dazu geht man in die zweite Gruppe der ersten Hauptgruppe, also ins zweite Register. Und da gibt es den Befehl HDR-Aufnahme, HDR-PQ. Wenn ich den auf ON schalte, dann wird mir hier ein Hinweis eingeblendet, dass die Tonwertpriorität aktiviert wird oder aktiviert werden sollte. Ich drücke also hier auf ON, drücke OK. Und dann schaue ich mir nochmal zwei Befehle weiter unten, den Befehl Tonwertpriorität an. Der ist dann automatisch aktiviert und steht auf D+. Und das hilft mir jetzt, den Tonwertumfang insgesamt bei der Videofilmerei im HDR-Modus zu erhöhen. Falls ihr mehr zur Videofilmerei erfahren möchtet, hinsichtlich Kodex, hinsichtlich Aufnahmeformate, Tonaufnahme, Tonaussteuerung und, und, und. Und auch zum Beispiel in Bezug auf Zubehör, auf sinnvolles Zubehör zur Videofilmerei. Schaut bei uns im Online-Shop vorbei unter bildnerverlag.de. Da gibt es das Buch zur Kamera, zur R7 von Canon, das die beiden erfahrenen Fotografen und Autoren Kürer und Christian Sänger geschrieben haben. Außerdem findet ihr bei uns im Online-Shop mehrere Gratis-Kapitel, die ihr euch kostenfrei runterladen könnt und könnt so schon mal ins Buch reinschauen und könnt euch einen Eindruck verschaffen, wie euch unser Buch zur Canon EOS R7 weiterbringt. Schauen wir uns nochmal die HDR-Aufnahme an. Die HDR-Videoaufnahme arbeitet im Codec H265. H265 ist eine 10-Bit-Aufnahme. Normale H264-Aufnahme, wenn ich jetzt nicht im HDR-Modus arbeite, verwendet die Kamera den H264-Codec. Der Codec, der ist wirklich überall sofort anschaubar, lesbar, es gibt da überhaupt keine Kompatibilitätsprobleme. Auch eigentlich mit H265 nicht in 10-Bit, wenn ich das richtige Equipment verwende. Ich persönlich würde HDR-265 noch umwandeln in der Videonachbearbeitung in ein H264-Codec, also ein Standard-Codec für YouTube, Facebook, wo auch immer man dieses Video zeigt. Denn die Gefahr ist noch relativ groß, dass irgendein Endgerät H265 nicht versteht. Wenn ihr aber einen eigenen Workflow habt, eure Videos an einem Computer, an einem modernen Computer bearbeitet, zum Beispiel mit Premiere oder Premiere Elements, dann ist die Verwendung von H265 heutzutage kein Problem mehr. Und auch wenn ihr zum Beispiel einen Fernseher habt, der HDR versteht oder diese HDR-Formate versteht, ist auch da das Abspielen kein Problem. Wichtig ist nur zu wissen, dass diese 10-Bit-Aufnahme dazu führt, also diese HDR-Aufnahme dazu führt, dass ich eben in der Video-Erstellung mehr Material zur Verfügung habe, also mehr Tonwertumfang, mehr Farben, mit denen ich dann auch in der Nachbearbeitung noch mehr spielen kann, wenn ich das denn möchte. Wie gesagt, wenn euer Workflow rundum HDR-fähig ist, dann kriegt ihr schon HDR-Material, ohne da aus der Kamera heraus noch irgendwas an den Videos verändern zu müssen. Und zum Abschluss noch ein Hinweis zum generellen Filmen mit der Kamera. Hier oben ist ja der Record-Button, also der Start- und Stopp-Button, um Videos zu starten und zu stoppen. Und die wichtigsten Befehle erreicht man, wie schon gesagt, über das Quick-Menü. Also ich arbeite eigentlich immer über das Quick-Menü, um da mal die grundsätzlichen Einstellungen vorzunehmen. Hier habe ich den Zugriff eben auch wieder auf die Movie-Größe, aber auch auf den Bildstabilisator. Ich kann hier die Tonsteuerung, also die Aufnahmesteuerung des Audiosignals verändern. Ich habe Weißabgleich, Bildstile und so weiter direkt im Griff und kann hier auch, auch ganz wichtig, meine Motiverkennung aktivieren oder deaktivieren. Also die Gesichtserkennung beziehungsweise die Motiverkennung für Personen, für Tiere und Fahrzeuge aktivieren und deaktivieren. Und das ist beim Videofilm ja auch ziemlich hilfreich, wenn ich dann irgendwo eine Szene habe mit Menschen. Dann ist natürlich Gesichts- und Personenerkennung ganz interessant, um einfach die Leute in der Schärfe zu halten. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, lasst einen Kommentar da und schreibt uns, was euch noch so rund um die digitale Fotografie, Filmerei, Bildbearbeitung, Fotothemen interessiert. Praktischerweise nehmt ihr dann auch mit einem Kommentar in unserer wöchentlichen Verlosung teil und könnt ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin, habt Spaß mit eurer Kamera. Bis dann, ciao.